ich habe eine mission ich habe das ist noch ein musik wieso gibt es da zwei musik und ich höre akiru erklärt mir das Moosie hat meinen Stringel geklaut, Moosie hat meinen Stringel geklaut, Moosie hat meinen Stringel geklaut Opa warte mal, warte mal Warum hat Moosie dein Stringel geklaut, wenn es nicht zwei Moosies gibt Lass mal Moosie reden, der ist gepartig Na, bin ich gepartig Doch, ne Moosie ist nicht gepartig, keine Sorge Moosie Du hörst dich immer so an, keine Sorge Eine Stunde Wann hat dich deiner Männlichkeit verlaufen? Ja, die Hektar sind ungenau Ist das friert, oder was? Flirt, nöt Bin ich wirklich gepartigt? Jaa Du hast Moosie, es ist keine Hektar, so als hat er seine Männlichkeit verlaufen Nein Das heißt, du hast keine Hektar Das geile ist, ich verstehe ihn nicht Es kommt nur die Hälfte an und dann auch die Stimme dazu Jaa 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 Mal das Leid, das war ja echt geil Das ist ein PC gestartet Das ist riesig im PS4 Jaa Jaa Ohjajaa Ach man, Mann, das war doch Moosie Moosie hat man es in den Klausel, ja? Ich sag's doch Jaa Oh mein Gott ey Wir missen wir halt Oh, das war Moosie Ne, tatsächlich Nein, die auch nicht Wobei die am ehesten Oder die vielleicht doch Zu, du Mami Möchtest du mir den Popo versorgen? Dann, ich mach jetzt was cooles Nein, warte, ich muss noch jemanden finden Oh nein Machst du das, Nora? Du hast gerade gesagt, du machst was cooles. Ja, damit meinte ich natürlich, Dragon den Hintern versohlen. Nora scant. Wieso? Nora scant einfach. Nora möchte mich nicht auspeitschen, Nora scant. Warum will sie dich nicht auspeitschen, aber mich? Was hab ich denn damit zu tun? Weil Dragon ein Auge auf mich geworfen hat. Okay, ein Doppelscam, Nora scant doppelt. Also, mein Auge hab ich gerade nur auf Zaxa geworfen. Auch wenn es ein bisschen woanders entschielt. Also eigentlich sollte dein Auge... Aber Maxi ist geparty't. Also eigentlich sollte dein Auge nicht so ganz breit nach unten schauen. Oh nein. Warte doch. Für Mami ist es. Soll ich mein Auge hochbinden. Ähm, ja dann... Ich hätt auch ne Binde für dich. Ich hab noch verbannt. Alter. Nein. 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 Du möchtest nicht diese Bilder, die ich habe. Nein. Sag's nicht. Nein. Nein. Das möchtest du nicht. Das möchtest du nicht. Nein. Oh, danke meine lieben Follower. Wie cool seid ihr. Danke. Danke, danke, danke. Kussi, Kussi. Nein. Das war... Das war's für mich. Ich hab sie schon. Ich hab sie schon. Wir sind nicht von mir.